Herzlich Willkommen in Brecklinghausen, in der schönen Stadt im Ruhrgebiet. Heute ist der 31. August 2022, der Mittwoch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Heute ist der 31. August 2022. Hier ist Ruhrgebiet, die 110.000 nüpfelge Reklinghausen. Hier ist ein Kömür-Kömür-Kömür-Kömür-Kömür-Kömür. Hier ist ein Witz. Nur 30.000 Türk Menschen in der Stadt. Danke. Danke. Das ist das Rathaus von Weglinghausen gebaut 1908 im Stil der deutschen Rönesanz Die Brünnen ist ein Brünnen mit der Figurengruppe von Bithauer Heinrich Brockmeier fertiggestellt Wir sollen den Gemeinsinn der Bürgerinnen und der Bürger der Stadt verkörpern auf der Stadtkirchen die Stadtkirchen der Stadtkirchen Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 St. Peter Kilisesi Evangelisch Evangelisch Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020